Willkommen zurück bei Slowboyz Racing! O Curva! Für alle im Motorsport-Begeisterten, Oldtimer-Liebhabenden, also kurz gesagt, alles, was du nicht brauchst auf vier Rädern, dann sind wir da genau richtig. Zwei ist wie Sonntag, der 28. Wir haben ein Seasons-Start-Meet-Treffen organisiert. Ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit. Guten Morgen, du bist der erste von allen. Schon? Ja. Peter und Pippo. Pippo sind neue Schlitten. Verdammt. Nein, Jungs, der nächste Mongo trifft ein. Der hat auch gestern ein neues Auto geholt. Holt mal was ganz anderes. Nächstes kommt Agathe. Hey, ready! Ready! Hier sind wir an der letzten Vorbereitung am Treffen. Die ganze Ecke ist eigentlich so ein bisschen unseres Zeug. Hier haben wir ein bisschen die Verkaufsecke. Das sind ja beide Autos, beide Nissans zum Verkauf. Es sind drei Nissans. Der ZX und der SX ist zum Verkauf. Und hier noch der ganze März-Zeug. Das man gerade vor Ort kaufen kann natürlich, oder? Dann haben wir hier noch die Carrera-Bahn. Das wir gestern gebaut haben. Und? Richtig geil. Richtig geil. Affegeil. Der Möhl bringt ein neue Überraschungsauto. Ferrari. Ja, eben. Ja, eben. Jetzt weisst du, dass es ein Ferrari ist. Ja. Und der Zuschauer, der sich da seit einer Woche gefolgt hat, wann er recht bringt. Weissen Sie jetzt auch. Das hast du mir die ganze Freude genommen. Aber hast du eine schöne Kappe, Jamiro? Was ist denn da für eine Kappe? Den kannst du kaufen einen Monolenshop. Ah, die sieht ja mega aus. Was ist die dritte? Die ist besser als die erst. Du meinst die? Ja. Beide gut. Hey! Ist das Ferrari? Ue, da ist Ferrari. Tutto bene? Für Giancarlo? Ah, si. Ciao. Ciao. Wo kann ich hier meinen Haube lassen? Una Cappuccino. Una Cappuccino der. Perfetto. Tutte Mercedes. Grazie. Grazie mille. Bene. Bene. Arrivederci. Sei un Pazzo. Va bene da qui. Hallo. Was meinst du? Cool. Jetzt haben wir eine ganze Reihe Porsche dazu. Ja, das habe ich gefilmt. Nicht mal sagen. Schön, oder? Wetter passt. Schnauze sitzt. War mit Schmäh. Nein. Der Fischer ist auch rum. Wenn ihr euch noch erinnert, das letzte jährige Video. Er war auch noch da. Das ist ein geiler Käfer. Oh ja. Kamergeil. Das ist nicht mehr ganz original. Nein. Das ist fast mehr Porsche als Käfer. Marco, hast du gekommen? Dann haben wir die Reihe noch fertig gemacht. Und das sind jetzt neue. Genau, hier vorne. Ja, wir haben sie gesehen. Dort hinten im Loch haben wir noch ein paar versteckt. Mal schauen. Die haben ja, glaube ich, schon gesehen. Supra. Ein Supra. Ein M3. Also ganz unscheinbar. Luxusschlitten. Alles. Geil. Es füllt immer mehr. Aber wir haben eigentlich noch Platz. Hier haben wir noch alles frei. Und ja. Mal schauen mal. Ich weiss gar nicht, wie viel das noch kommen soll. Mal ein Raffi. Wir weissen vielleicht. Weisst du, wie viel wir jetzt bekommen? Wie viele das jetzt noch kommen? Ja. Sicher, etwa 10. Wenn noch länger. Ja, da hat es ja schon noch Platz. Es ist ja noch nicht einmal. Es ist gerade einmal 11. Es ist 11. Es läuft gerade einmal 1 Stunde. 1 Stunde und es ist schon voll. Der Platz ist einfach voll. Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Du bist ein Block. Ja, das ist ja. Nein. Wuuu. Oh, 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 oh. Ja, das ist ja so. Ja. Ja. Ja, das ist richtig. Aber die Bananen da. Gibt es noch Wurst? Noch Bier? Jawohl. Hier sind noch ein paar Autos gekommen. Und ein kleines Update da. Also es sind schon wieder ein paar gegangen. Aber das wollte ich da hin. Aber gar nicht sehen. Möe Zimbabwe und den Mustang ist gekommen. Ich bin ein bisschen versteckt da rein. Der Milan hat am Begutachten die BMWs. Hast du etwas gesehen? Das Geilste finde ich immer noch. Hier oben gemonsterte Kisten. Aber auch hinten dran Kinder sind es die Beste. Ha, geil. Da wird richtig erzogen. Ja, voll. Ja, schon recht. Echt coole Autos hier. Merci alle, die schon mal gekommen sind. Macht Spass. Ist geil. Dann noch ein bisschen Werbung. Snowboys. Jetzt halt dich im Shop. Hallo. Bist du da am Vierter? Oh. Ich habe mal das Intro gemacht. Und dann bin ich sieben Stunden am Reden mit irgendwelchen Leuten. Logischerweise. Und jetzt habe ich eigentlich nichts gefilmt. Aber erzählen wir jetzt mal ein bisschen. Also warte. Wie ihr noch sehen. Platz. Wieder leer. Es ist Abend. Es ist jetzt. Viertel vor sieben. Viertel vor Flex. Viertel vor Flex. Geil. 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 Nein. Es war mega cool. Also die Diversität von Fahrzeugen. Es hatte wirklich alles. Mein Amis hier. Mein alter Jaguar E-Type hier. Mein neuer Porsche hier. Mein paar älteren Porsche hier. Alles. Also wirklich echt geil. Echt geil. Ein bisschen Showcars auch. Irgendwas auf Luftzeug. Zeug, die auf dem Track bewegt wird. Also von A bis Z. Was irgendwie mit Autos zu tun hat. Das Beste ist wirklich die allererste. Big. Shoutout to you. Die allererste, die gekommen ist. Um 10 vor 10. Ich hatte eine Tessiner Nummer dran. Glaubst du nicht. Es ist wirklich eine mit ihrem Honda Co. Von Tessin. Mega cool. Das motiviert natürlich. Wenn du so gesehen wirst. Und die Leute schätzen sie. Und fühlen sie so sehr. Also quer durch die Schweiz fahren. Für so einen Treffen. Ist extrem. Echt. Sehr eindrücklich. Jetzt durften wir Porsche fahren. Wir haben schnell einen 39er gefahren. Ich bin noch den Chris. Den Chris noch eingeladen auf eine Runde. Er hat natürlich nicht nein gesagt. Ich weiß gar nicht was sagen. Also sehr gelungenen Tage. Danke allen, die gekommen sind. Mega cool gewesen. Ja. Danke vielmals. Und die uns da unterstützt haben. Mit Getränk kaufen oder was auch immer. Genau. Mega lässig gewesen. Danke allen. Danke auch die, die aus dem Shop bestellt haben. Es ging ein paar Sachen weg. Echt cool. Kaufen. 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 Porsche Panamera. Der Hammer. 15.000 Euro im Monat. Nein. Ist mega cool. Es sind auch ein paar zu mir. Der Pulli kommt sehr gut an. Mit dem Design. Und so. Und äh. Ja. Gerade so Designzeug ist noch etwas geplant. In ferner Zukunft. Auch. Merci für das coole Feedback auf die Stickers. Sind da mega. Ich hoffe in diesem Video haben wir ganz viel Videomaterial. Wo einfach nur Musik läuft. Und ihr könnt das genauso geniessen wie wir heute. Und danke an all meine Kollegen da. Jungs. Für diese Mithilfe. Wäre auch nicht möglich ohne euch. Danke an alle. Und ganz grossen Dank an meine Eltern. Die ganze Tage krassen Grill und Stress gemacht haben. Und ja. Vater glaubst. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis Slow Boys Racing. Ja.